Leute, was geht ab? Ich bin Rocket Goku und hier seht ihr schon, ich hab eine pilzsicher Spitzacke bekommen. Epic Games. Ähm, Winter hatte noch ein Geschenk in petto. Also das war das letzte Geschenk, auf jeden Fall. Vielen Dank für deine Geduld, während der kürzlichen Service Auswähle eines Pilzkönigs wurde Teil des Schirmherrscherzets. Okay, also das ist ein Set sozusagen, von so einem Pilz. Weiß nicht welche Season. Wisst ihr welche Season reinkam, Jungs? Pilz. Ja, auf jeden Fall, ähm, die hab ich jetzt grad bekommen. Ich find die sehr cool, ich rüste die gerne mal aus. Aber das war, glaub ich, jetzt das letzte Geschenk. Es gibt ein neues Outfit. Ja, Tim, wir gucken uns gerne mal den Itemshop an. Okay, let's go. Laris wird auch da, sag mal hallo. Hallo. Moin. Hallo. Ja, okay. Ja, okay, das ist das neue Outfit. Ich find das jetzt nicht krank. Ich find das jetzt gar nicht krank. Ich find das nicht. Ja, das ist gar nicht. Okay, das, der sieht ganz, gar nicht schlecht aus, aber das hier gefällt mir. Würde ich gerne bei meinem Dings hin tun, bei meinem Lieblingsskin. Ihr wisst schon. Ja, okay, komm, ich mach mir mal ein guten Dings-Set. Blau. Lass mal richtig schön wieder machen. Das passt auch. Ach komm, ich nimm dir ein Pickaxe einfach. Die sieht ganz cool aus. Ey, ne, hast du die als Entsatz, hast du die als Entsatz eingeladen? Ob du die Nervensäge eingeladen hast? Für mich schon. Hallo, Julian. Hallo. Sorry, dass ich das gesagt hab. Ja, okay, komm. Ähm. Was ist jetzt einfach das, ja? Okay. Er sieht aber richtig gut aus wie früher. Ja, okay, komm. Rocky, Rocky, Rocky. Okay. Okay. Was ist mit, ja? Moin. Okay, komm. Wer hat Bock zu zocken? Wer hat Bock zu zocken? Wir testen jetzt hier ein neue Pickaxe. Ja, äh, sagt ihr... Ja, okay. Viel Verraten, halt. Ich werd das... Ich werd das Video grad dann bei mir zu Hause, ähm, bearbeiten. Spider-Man ist bei uns drin. Warte mal, warte mal. Wir sind auch alle Kumpel jetzt. Warte. Alles... Spider-Man, Spider-Man. Ich bin Spider-Man-Anführer. Spider-Man, Spider-Man. Mach das zu Spider-Man. Ja, okay, komm. Warte. Der sieht auch ganz schlecht aus hier, der. Ja. Ja, okay. Ey, guck mal hier, wenn ich hab... Hallo. Anessi... Letztens, wo ich mit dir gezockt hab, und da hab ich auch auf den Laptop gezockt, deswegen war ich so ein Bot und konnte nicht mit dir sprechen. mein Handy hat sich dabei. Ja, okay, komm. Warte, wo ist denn? Achso, hier. Okay, komm, egal. Wir machen jetzt einfach eine Runde. Julia, komm rein, bitte. Auf Ehre. Danke. Okay, dann, macht... Okay, Nessi, dann verlassen wir deine Runde. Rocco, äh, tu bitte nicht aussetzen. Ja, achso, okay. Ey, Leute, gerne Kommentare schre... Mhm. Gerne Kommentare schreiben, wie ihr das Aufbild hier findet und wie ihr die Pickaxe findet. Ja, klar. Äh, weiß nicht, ob sie die schauen können, deswegen frage ich nochmal genau. Äh, Leute, hat mal irgendeiner von euch dieses Season Arena gespielt? Eine Frage von Nessi Chris. Gerne mal den Kanal checken von ihm. Ja, Ness. Okay, nicht den Kanal, sagt er, bitte. Ja, okay, ich lasse dich doch. Ja, okay, warte, ich komm rein. Rocco und Nessi haben in der Arena gespielt. Ich frage mich echt, ob man euch hört, Leute. Den Skin hab ich mir neu gekauft. Der war, äh, vorgestern, glaub ich, im Shop. Der Tanz wurde mir geschenkt. Hauptsache, man schenkt mir das an. Äh, ey, wie richtig schön sieht das wieder aus. Ich glaube nicht, ich glaube, ich muss doch genau da. Da muss ich auch noch, da muss ich auch noch. Ist vorhin dir geschenkt? Egal. Ist vorhin dir geschenkt? Ja, landet, landet ihr oben, landet ihr oben. Ich lande da und danach komm ich gleich zu euch hoch. Ich blute hier gleich noch ein bisschen. Ey, Leute, gerne mal meine Skin-Kombie reinschreiben, wie ihr die findet. Oha. Kopf geht ja, ich hab keine Waffe. Ey, nicht dein Ernst. Ja, MK7. Okay, die Pig-Eggenze finde ich nice. Also, ich, ich, aber ich glaube, ihr werdet noch ein Video sehen. Ey, ihr werdet noch ein Video sehen, wo ich mir dieser Pig-Eggenze spiele. Ich schwöre es euch, also ich finde die nice. Oh mein Gott, Nessie, hast du gerade gesehen, wie das Ding geflogen ist? Wo ist denn der Tresor? Ah, da hinten. Hinten bei Rocco. Ich komme gleich. Gratis-Spiegel, was ist das für ein Angebot? Was? Der hat dich getötet. Was, wenn ich weh? Ich, ich bin, ich bin erster hier. Ich bin erster hier. Lulian braucht. Ja, wir müssen jetzt mal ein bisschen mehr Teamarbeit machen. Ja, Leute, wir gehen jetzt erstmal alle, wir gehen jetzt erstmal alle, wir gehen jetzt erstmal alle hinten hin. Also hier zu diesem Tresor, wo der noch ist. Und danach gehen wir hier hin. Das ist super, Leute, das ist echt super. Also das ist eine Chance, also wir müssen jetzt, äh, wir müssen jetzt nutzen, Leute. Ich hab nur eine Waffe, weil sie beschwert euch nicht, Leute. Ja, Mann, Juwel. Oh, Digga. Ja, ich mach kein Video wieder. Spider-Man, Spider-Man. Ey, gönnt mir eine Sache. Gönnt mir, wenn ich... Ich hab keine einzigste Sache bekommen, Leute. Ich hab null Waffen, ich schwöre es euch. Ich hab nur das und das da. Ey, Rock hat alles bekommen, wie ehrenlos. Alle hier rein, Leute, alle hier rein. Ja, ne, Sniper. Portal, Leute, Portal und da, wo ich hin... Hier hin. Leute. Da, wo ich markiert hab. Weiter. Ich hab irgendwie gar keine Aufträge gemacht. Ja, lass eher nach da hinten hin. Lass eher nach da hinten hin. Hier so an den Rand da. Ja, da hin. Ja, da sollen wir auch hin. Er könnte nicht mal auf mich warten, Leute. Guck mal, wo ihr seid und guck mal, wo ich bin. Ey, Leute. Leute, kommen wir mal Teamarbeit machen. Ich hab hier keine einzigste Pump. Hab die schlechtesten Waffen der Welt. Und mal alleine. Ich hab hier nicht mehr. Ich habe gerade den coolsten Stunt gemacht und keiner ist hingeguckt. Ich bin ja gerade mit diesen Dings bis zu euch geflogen. Was, sagst du? Ich habe einen schweren Vorknall. Was? Was? Der Rekord ist erlaubt. Kann ich mal... Ego, ist Spaß. Noch eine markieren. Ja, dann lass da hin. Du bist also dahin, wo du wohnst, oder was? Zudem nach Hause. Das ist einfach leise. So, wohin sollen wir nach da hinten? Versammelt. Ja, bei mir. Ich habe nur Sniper, Mann. Ich habe nur eine Sniper. Also... So, die Pump gehört mir. Die Pump ist mir. Die... Leute, die Pump ist mir. Die Pump ist mir. Ah, die neue Sprashies-Dinger, Leute. Für alle Leute. Nein, wir müssen uns alle zusammen hier. Das Ding ist voll cool, ey. Spider-Man? Au. Also, Nassi zu 100% weiß ich, dass man dich auf YouTube hört. Also, dich hört man auf YouTube zu 100%. Das ist nicer. Psch. Psch. Spielt's auf die Kissen-Account? Psch. Ja, Mann. Psch. Äh, ich hab nix. Ich hab hier echt nix. So, wer wird zu ihm? Wer soll jetzt zu ihm? Ja, ich geh dann einfach. Ich geh... Okay, dann... Dann geh ich zu ihm. Nein, das wird jetzt nix. Nein, so ist jetzt egal. Wegen Zone. Und Brock ist einfach viel zu weit weg. Das ist das Problem. Ja. Ja. Ich höre gerade, Rocco. Hilft ihr mir? Ihr müsst mir helfen, Leute. Da hinten sind noch angeln. Ey, könnt ihr mir irgendwo ne Fläche bauen? Wegen dem Wasser? Hinter mir. Bei mir kommt jetzt schon gleich das Wasser. Ist aber anstrengend. Ihr müsst mir einfach helfen. was? Ich muss mir einfach helfen. Alles? Hanno? Leute, Sohn, komm bald durch. Jetzt hört doch auf, Leute, mit dem Kack. Nein, einer muss jetzt... Ich hol jetzt Rocco einfach. Nein. Hilfe, Leute, er ist in der Sohn. Ja, ich auch. Okay, hier, die Angel. Ich nehm die gleich. Dann gib mir die Minis und einer muss Rocco nehmen. Okay, die Minis nehm ich. Okay, weiter. Wir müssen... Hat jeder... Hinten wird gebootet. Irgendwo. Ja, die waren tot. Oh, die haben gute Waffen. Soll ich dir die Waffe geben? Der hat schon ne goldene, aber okay. Ach, die... Okay, danke. Okay, ey, was ist mit Nessie? Nessie, Nessie, da ist ein Dings. Damit kannst du vielleicht... Nessie, du schaffst das, oder? Das ist gold. Wen runterschießen? Oh mein Gott, wie ehrenlos ist das? Was ist denn hier los? Oh, wenn ich das geschafft hätte. Ey, was haben die für ne Skype-Ice gebaut? Nessie, was ist mit dir? Aber was mit Sohn ist... Okay, weiter. Bring ihn direkt weiter. Ich ball. Wo ist der Mark? Hier mehr. Das ist der Typ. Ey, der Typ kann's. Der Typ kann das. Der Typ macht das. Du kannst dreimal schießen. Sei leise. Was, Sohn? Was ist mit Sohn? Was soll ich... Wer? Gegner? Warte, lass ihn, lass ihn, lass ihn, oder? Rebooten! Ihr gönnt, ihr gönnt, ihr gönnt. Leute, Rocco ist zugebaut. Wer hat die Angel? Wer hat jetzt die Angel? Banane, jetzt tust du ihn mal angeln. Jetzt, Banane, tu den jetzt mal angeln. Ja, Jugelein, tu den mal. Weil jetzt... Jetzt dann mit... Egal. Ey, Rocco. Ey, komm, einer muss jetzt auf Rocco aufpassen. Wir haben noch 15,14 Sekunden. Rocco ist hier. Rocco ist wieder da. Ja, Leute. Ey, Rocco. Wir haben mich aus zwei Sohnen befreit. Ne. Wo kommen die? Wo kommen die? Wo kommen die? Den typen hat weniger, glaube ich. Ja, hier ist Sohnkampf. Sohnkampf, digger. Wo ist der typ? Wenn ich ihn sehe, ich bringe den Typ um. Ja. Darf ich die Siegenscode? Mad Kids. Ich hab Minis. Ich hab Minis. Oh, ne, brauchst Mad Kids mal. Rocco, komm her. Rocco, komm her. Ich hab Schädlings. Wir brauchen den gleich. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr, Digga. Ich bin so froh, dass ich diesen... drin kannst du leben, aber wofür es hält. Wo kämpft er? Wo kämpft er? Jetzt mach den Äpfchen. Mach den Äpfchen. Mann. Du musst es richtig einstellen. Digga, ich fahr einfach nur. Du musst das... Digga, er macht einen noch Schwitzer. Digga, er macht einen noch Schwitzer. Das wollen wir nicht. Der ist allein, Digga. Der ist hier. Wo ist er? Digga, der Typ ist alleine. Es gilt jedem noch. Es gilt jedem noch ein Spiel. Nein, das wird so ein Kampf, Leute. Das bin ich. Ich guck. Ich beobere. Nein, ich bin über dir. Ich geh. Ich geh weiter unten. Unten, unten gucken. Nein, ich geh jetzt gucken grad unten. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Oh, guck. Oh. Der Typ ist jetzt eingebaut. Was will der noch? Wo ist der Typ? Nein, Mann. Oh, cool. Es hängt alles an dir ab. Ey, der Typ ist slow. Pass auf. Du kannst mich doch heilen. Du kannst mich doch einfach heilen. Ach, komm. Ja, okay, Leute. Das war der fetteste Sohnkopf, den ich hier in meinem Leben gemacht habe. Ey, das war richtig cool. Ja, richtig gut. Boah, warte. Ich hol jetzt erstmal hier was. Ey, der war echt gut, der Typ. Ich, ich, ich geb's zu. Der war echt gut, Leute. Ich geb's wirklich zu. Der war wirklich zu gut. Leute, gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr den Finger, also, ob ihr den gut fandet oder kacke fandet. Okay, wir machen jetzt noch eine Runde, Leute. Komm, das ist einfach noch eine Runde. Rave. Ja, okay, ähm, immer ein richtig gutes Pack hier draus. Mein kleinen Raven hier. Ja, okay, dann ansonsten, ansonsten machen wir das, was wir gerade eben gemacht haben. Ich bin mir krank, dass sie aussieht oben. ja schiff die soji freut ihr euch schon auf täte leute schreibt ja schon auf täte freut ihr euch schon noch findet ich werde ich werde immer landen ich weiß warum warum schiff 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 ja schiff schiff Nesty, Rorke, ist alles an euch ab, Leute. Okay, hol die Karten, hol die Karten, Leute. Er holt die Karten. Also, Nesty, Nesty holt jetzt einfach die Karten, okay? Nee, mach keinen auf Sniper, bitte mach keinen auf Sniper. Außer, wenn du so wirklich Chancen hast. Außer, wenn du wirklich Chancen hast. Ja, okay, aber pass auf, da war so ein Typ, der war verloh. Der war ein Typ, der war verloh, aber den ersten Schuss bei mir gemacht, deswegen hab ich verloren. Minimal 1, 2, 3, die Karte, also Rokko-Karte ist immer die beste. Oh, danke, Rokko. Ey, das sieht viel cooler aus, das da. Ey, gönnt ihr mir aber auch eine Waffe, okay? Ey, gönnt ihr mir auch... Ey, kann man eine Waffe gönnen? Ja, okay, ich bleib hier. Ich versteck mich. Auto! Hilfe, Auto! Hilfe! Oh, wie ehrenlos, ich hab noch eine Pistole. Ich hab keinen Bock mehr. Ey, bitte, Rokko. Hast du einen HP? Ah, das... Oh mein Gott! Der Schuss war legendär. Komm, Leute, Like und Abo da für diese kranke Pika-XY. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst's Like und ein Abo da. Und... Und tschö!